Ja, liebe Jutta-Freunde, Bad Löffdorf im Bauerhausen. Am 29. Dezember, unsere grosse Altjahrsparty startet in Kürze. Wir haben hier 20 nach 6, um 8 Uhr startet hier unsere alljährliche Party in der Altjahrswoche. Der Keller ist bereit, hat wieder viel Arbeit gegeben, bis da alles hergerichtet ist. Ja, der Bauerhausen ist schon jetzt müde und er muss noch arbeiten bis morgen um 3 Uhr. Ja, wir haben hier zwei Zapfhäne für Burgdorfer Bier installiert. Der Grill ist auch bereit. Es gibt Callaway Burger. Ja, wir haben hier zwei Zapfhäne für Burgdorfer Bier. So, alle Kerzen angezündet. Es ist jetzt 20 nach 7. Meine Helfer kommen um halb 8 Uhr. So, Kaffestube auch bereit. Kaffestube. 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 Die sind jetzt hier, die sind hier in der Heimkampagne. Wir werden hier noch nicht in den Tag mit der Straut. Wir werden hier auch einen Freund haben. Ja, wir sind hier auch ein Freund. Da geht ihr euch hier in den Post. Da sind hier in den Hauptbahnhof. Da fängt ein Bauerhout hier in der Kellerbahn. Ja!